Heyo, hier ist Ronja und nach Ewigkeiten spielen wir mal wieder Scribble.io mit Flo und mit Topps. Weil, ja, ich mein, Topps Maus ist nach wie vor der MVP, denke ich, von uns allen. Ja, die schafft es gerade Linien zu machen. Die macht gerade Linien wie kein Zweiter. Das kann man echt... Ähm, was mache ich? Alle, was ist das schon wieder? Okay. Oh nein, Auspuff. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Das passt sogar im Wicht. Okay, das ist eine Raute. Oh, ich darf ja nichts sagen. Umgekehrter Tisch. Umgekehrter Tisch. Hause. Oh. Nein. Hä? Ist kein Box rein? Hey. Hey. Warte, 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 warte. Auch nicht. Hm. Vielleicht. Ach, kein Handschuh. Kopf. Ja, Boxer habe ich schon. Boxer ist es nicht. Ist nicht so schwer. Äh. Hey, ist es ein dicker Boxer. Sportler? Er hat ein Sixpack. Ähm. Okay. Es beginnt mit... Falls es ein Sixpack sehen soll. Nice. Hey, wie schreibt man Wrestler richtig? Du hast Wrestling richtig geschrieben. Re... 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 Du musst nur Wrestling zu Wrestler machen. Du hast Wrestling richtig geschrieben. Ress... Guck, guck, ich mach das so. Gut, 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 gut gebaut. So. Der ist gut gebaut. Er hat die dünnen Arme und dann sind da so... So Fake-Muskeln, der sich so draufgeklebt hat. Okay. Aufgepumpt. Ja, genau. So sieht der aus. Äh... Tops, was malst du uns denn Schönes? Ähm, ja, ich male auf jeden Fall was echt Schönes. Ja, ja, klar, das kennt man ja nicht anders von dir. Ja. Du hast ein Carsten. Nee, es ist kein Carsten. Okay. Nein, das sag ich nicht, was das ist. Äh, lalalalalala... So. Oh, verdammt. Ich hab Regisseur falsch geschrieben. Filmklappe hatte ich schon. Heißt das... Wie heißt das richtig? Was machst du denn? Wie heißt denn das richtig? Es gibt bestimmt einen besseren Namen als Filmklappe dafür. Nein, 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 nein. Ist nicht Filmklappe. Ist es nicht. Okay, was ist es denn dann? Es ist etwas, das... Es ist ein Buch. Ja, und was hat man in einem Buch manchmal drin? Heißt du, dass es dann so... Au, 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 au. Oh, stark, 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 stark. Daumen hoch. Wirklich, musst gar nicht mehr zeichnen. Ist wirklich... Ja, ich glaub... Nein, das ist... Flo, das hat man hier so drin. Ja, musst du gar nicht mehr zeichnen. Musst du auch gar nicht erklären. Das ist ziemlich selbst erklären. Ich check's nicht. Ja, das ist so ein... Ja, genau. Manche machen da eine Feder rein. Ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ach, schade, Flo. Was macht man in einem Buch, Flo? Was macht man im Buch? Umblättern. Nein, was macht man in einem Buch? Also, das... Tu mal mit dem... Okay, jetzt mal ohne Mist. Was ist denn Windsack für ein Wort? Das ist so. Nein. Warte. Du hast es auch gedacht. Als ob ich jetzt noch Windsack nehme. Ich bitte euch. So, das ist... Also, das werden aber zwei hier dann die Cooltaktik. So, fertig. Wenn ihr möchtet, kann ich euch jetzt noch was dazu malen. Nein! Hier, das wäre zum Beispiel dann... Wie nennt man das? Ich mal jetzt hier noch so... Man könnte Stoff sagen. Hier noch da drunter. Und dann machen wir jetzt hier noch so, sagen wir mal... It's close! It's close! Eine Naht hin. Easy! Danke, Flo. Danke. Hä, was heißt denn, it's close? Heißt, ein Buchstabe ist falsch. Das ist auf Englisch für nah dran. Stopps. Warum? Hä? Oh, du bist... Aber, aber, sorry. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise sind deine Witze wirklich nicht lustig. Stecknadel. Das war ein T-Witz, der musste erst mal ziehen. Heute bist du auf einem Run, huh? Oh boy. Das war ein T-Witz. Du musst erst mal ziehen. Ich mach jetzt meine ganzen vier Buchstabenwörter. Äh, was soll das denn sein? Hä? Äh. Oh, das war so knapp gerade. Oh Gott. Ich führe. Äh... Ah ja, okay. Das kann ich gut darstellen. Äh... Ausbrust? Das... Äh... Oh. ich habe gedacht dass dieser aufsatz vorne bei so einem staubsauger dieses dicke ding so ich gönne dir die punkte du bist ihr auf platz 3 kein ding nein man kann gar nicht aufholen hier das ist richtig unfair das muss einfach nur schneller sein als die anderen so dann malen wir jetzt noch was schönes dazu soll das sein ja was soll das wohl sein ich meine hast du drauf ist oder das ist so ein dings von traktor fährt gell das war so was die hinten zu nachziehen was ist das was sie zurücklassen das ist kein volkantum das ist wo der traktor drüber fährt das ist kein auspuffer ok mensch blauer mensch alien was hat der denn für ninja was ist ein rüsselmann ist es nicht das krömmelmonster das ist für niemanden einfach das soll taddeus sein ok hä wie schreibt man den namen nochmal wenn es taddeus wäre hätte flo dann gesagt das hier soll taddeus sein nur so eine allgemeine frage die ich mal in raum werfen möchte ja flo ist halt auch manchmal nicht so intelligent deswegen hab ich mir so taddeus 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 flo ist nicht so intelligent was ist das was ist das hä hä ja ja naja naja ihr kommt die welt durcheinander ihr kommt euch nur erst mal wenn das jetzt komplett voll wird mit rauten äh mit kästchen dann gibt es eine wirklich effizientere methode das zu malen echt mhm meinst du mhm ja ok hä also ganz ehrlich hättest du dich einfach strich 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 sch hacken dann wärst du durch gewesen ja ok ich habe mehr punkt als du okay das ist ein schwieriges Tobias riecht nach bajo auch oh oh worauf genommen wir riechen bauchnabe schlecht hmm Würde ich jetzt einfach mal sagen oder nicht so das innen drin ist dunkel äh und dann geht's um um die Gerätschaft, die man benutzt, um, Moment, das ist dann hier so dran. Und das hat dann, das hakt sich dann hier so rein und dann dreht man da an so einem Drehding-Sieg. So, das erste Buchstabe, H, Flo, erster Buchstabe, H. Also, okay, das hier, weißt du, was das hier ist? Das ist das hier. Hä? Denk doch mal nach, was gibt es mit H? Was Sachen öffnet. Wieso denn, H? Ich weiß nicht, was, aber was ist das zweite Wort dran, ja? Na, was macht man mit einer Dose? Ist die Dose jetzt zu oder ist die auf? Ha, 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 ha. Ich hab keine Ahnung, wie man Dösenöffner zahlen. Jetzt mal Flaschenüffler gemacht. Ja. Aber das ist dann keine Dose. Ja. Oh, ein langes Wort. Oh, blauer Himmel. Natur. Was ist das denn? Äh. Äh, äh. Wale. Was? Warum schielt denn der Tintenfisch? In beide Richtungen? Ehrlich? Wunder, hell, warum... Oh, das wusste ich nicht. Warum gibt es Mottenkugel? Wie soll man Mottenkugel darstellen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hab geguckt, das sind nur sechs Buchstaben, deswegen hab ich es nicht eingegeben. Ähm. 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 Was ist denn das? Warum denn jetzt grün? Wo weit? Ach, Toops. Das dahin. Das ist ein Boot, was in dem... Hä? Ich dachte, das wäre so Erde und das wäre so ein Blumensamen, aber... Und das sind dann jetzt die Wurzeln. Es macht alles Sinn, aber... Was ist es denn? Ähm. Oh. Du hast es bloß indirekt gesagt, das weißt du schon, ne? Nein, in dem Moment, wo du dir das erklärt hast, hab ich es selber auch realisiert. Ja, aber dann hab ich es dir ja indirekt gesagt, oder? Nein. Fun Fact. Was ich jetzt hier gerade male, wollte ich mal als Haustier haben. Aber das wurde dann nix. Ha ha ha! Das hast du mir erzählt! Hä? Das hast du uns beiden erzählt. Wer ist das nochmal? Hörnchen. Was? Nein, das ist kein Hörnchen! Ein Hörnchen! Ein Hörnchen! Das ist ein Hörnchen! Hä? Ja, gut. Ja, Toops, so mit deinem Comeback. Dann, äh, ich hab mal wieder gewonnen, man kennt's. Ähm, dann war's das für diese Folge, Scrap-Video. Ich wollte jetzt immer mal ein Hörnchen haben. Das ist ein bisschen egelig übrigens gewesen. Ähm, macht's gut bis zum nächsten Mal. Hörnchen. Ich bin auch jetzt ein Hörnchen. Ciao.